Jockler 66 60 Stunden der Wahrheit Ich habe anscheinend wieder eine ganz schwere Erkältung Seit gestern Nacht geht es mir ganz mies Aber die Arbeit muss ich weitermachen Und will ich auch weitermachen Dann müsst ihr halt die etwas schlechtere Tonqualität akzeptieren Das tut mir leid Aber besser mit einer verschnupften Nase sprechen Als überhaupt nicht sprechen Schließlich geht es um die Botschaft So und bevor wir jetzt anfangen Will ich euch nur eben kurz zeigen Dass dieses auch ein ganz besonderes Video ist In der Art und Weise wie es gemacht wird Es ist eine Art und Weise wie ich bis jetzt noch keins gemacht habe Ich habe ja Das Buch gelesen Von Alexander Hislop Von Babylon nach Rom Und ich habe in Englisch das Buch gelesen Babylon Mystery Religion Ja Und das seht ihr hier Von Ralph Woodrow Die römische Kirche Mysterien Religion aus Babylon Das ist das Buch Was ich in Englisch gelesen habe Hier in Deutsch Das habe ich durch einen Bruder in Christus zugeschickt bekommen Als PDF Und kann ich euch deswegen auch als PDF jetzt vorlesen Das ist schon hier aufgeschlagen Müsst ihr euch jetzt ähnlich drum kümmern Ich lese gleich erst Ich möchte nur eben mit der Einleitung fortfahren Ich habe mir gedacht Anstatt jetzt noch auf die Kürze noch ein Video zu machen Mit den ganzen passenden Bildern Habe ich mir überlegt Ich nehme einfach mein englischsprachiges Video Und lasse das nebenbei laufen Das habe ich dann hier vorbereitet Und das werde ich dann gleich laufen lassen Das englischsprachige Video ist 46 Minuten lang Da wollen wir mal sehen Wie lange ich mit einem deutschen Ding komme Wenn nicht kann ich immer noch Bilder rein machen Und kann es so auslesen Ich weiß ja auch nicht Im Englischen habe ich ja auch Kommentare gemacht Und ich kenne es ja nicht auswendig Aber ich schätze mal Dass es im Großen und Ganzen ungefähr Probiert synchron zu laufen Das heißt die Lesung des Deutschen Und die Lesung des Englischen Die ich gemacht habe Das möchte ich halt gerne mal probieren Ich lasse das natürlich ohne Ton laufen Sonst habt ihr ja mich zweimal Einmal in Englisch, einmal in Deutsch Und dann noch überlappend Also das wäre ja nicht so interessant Das Buch von Ralph Woodrow Da sage ich gleich mal eben damit zu Bevor er wieder so neunmal kluger kommt Und ja, aber Ralph Woodrow Der hat sich, der hat das Buch zurückgezogen Das ist Außendruck Und er hat das Widerrufen Das ist richtig, das hat er gemacht Der kann das Buch 10 Milliarden Mal widerrufen Das interessiert mich in feuchten Kehricht Er hat in diesem Buch die Wahrheit geschrieben Und ich habe ein Video gemacht Das könnt ihr euch dann in Englisch angucken Wenn ihr das gerne möchtet Über seine schwache Seine schwache Widerrufung des Buches Und nicht nur dieses Buch Sondern auch über andere Bücher Aber das interessiert mich nicht Ich habe da wie gesagt ein Video drüber gemacht Ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen Ralph Woodrow hat halt seine Seele Doch noch schlussendlich an den Teufel verkauft Und da muss er mit leben Da beurteile ich ihn nicht für Aber alles was in diesem Buch steht Ist hauptsächlich basiert auf dem Buch von Alexander Hislop Von Babylon nach Rom Und auf Untersuchungen Oder besser gesagt auf Untersuchherren Also Leuten die wirklich spezialisiert sind Historische Geschichtsschreiber Historische Geschichtsschreiber Geschichtsschreiber Die wir kennen Sehr renommierte Geschichtsschreiber Sowohl aus dem biblischen als aus dem nicht biblischen Bereich Und auf denen ist diese Untersuchung von Alexander Hislop basiert Und dieses Buch von Ralph Woodrow Baut auf denen von Alexander Hislop auf Also wenn er sein Buch widerruft Widerruft er eben so Alexander Hislop hat er auch getan Und da bin ich nun schon mal gar nicht mit einverstanden Nur Alexander Hislop hat sein Buch geschrieben 1853 Und Ralph Woodrow hat dieses Buch veröffentlicht 1966 Und er hat es widerrufen 1999 ungefähr Das Buch versucht zu erklären Wo ist die Wurzel der Tradition Auf die sich die römisch-katholische Kirche beruft Ralph Woodrow liefert in diesem Buch die Beweise dafür Dass die Wurzel in der Religion des alten Babylon liegt Und die römische Kirche nicht in Unkenntnis davon sein kann Im Gegenteil Der Autor zeigt die erschütternde Wahrheit auf Dass die römische Kirche nicht eine unwissende, verführte Kirche ist Sondern eine abgefallene Wer noch den Mut hat, Liebe mit Wahrheit zu verbinden Der findet in diesem Buch eine wertvolle Hilfe Die Erlösung allein in Jesus, dem Christus, zu suchen Nun prinzipiell habe ich mir vorgenommen Das ganze Buch zu lesen Wenn ich die Zeit habe auf meinem Kanal Im Augenblick bin ich ja beschäftigt Das Buch zu lesen von Henry Charles Nier Geschichte der Inquisition im Mittelalter 2000 Seiten, drei Bände Ich veröffentliche im Augenblick noch Die verborgene Geschichte der Jesuiten Ich lese auf meinem zweiten Kanal Das Buch von Griesinger über die Jesuiten Den ersten Band Den zweiten Band werde ich wohl auch noch lesen Also dieses Buch ist irgendwo in der Wartereihe Es ist nicht meine Priorität Weil ich es in Englisch bereits gelesen habe Und man kann sich dann ja auch in das Englische übermächtigen Und selbst seine eigenen Studien machen Und das Englische dann nachforschen Aber ich werde es normalerweise irgendwann mal bringen Nun, heute am Mittwoch, den 28.03. Sind wir ja kurz vor dem Zwischen Anführungsstrichen Osterwochenende Und ich dachte mir, ich werde dieses Video jetzt am Ostersamstag Also am Sabbat An dem kommenden Samstag Der der Samstag ist Vor dem Ostersonntag Nach dem in Deutschland ja Feiertag Graf Heitag Hier in Belgien haben wir da keinen Feiertag für Das ist auch ein Bursch All die Feiertage sind sowieso alle antichristlich Und ich wollte halt dieses Video am Samstag hochladen Deswegen muss man es ja ein paar Tage vorher machen Kann es ja hier auch von allen letzten Drückern produzieren Ich hoffe, es wird euch gefallen Und dann wollen wir jetzt mal anfangen Und ich lasse in der Zwischenzeit das Video hier laufen Mit auch einer Einleitung Das geht also um Kapitel 19 Das in Deutsch heißt Fisch, Freitag und das Frühlingsfest Dann geht es darum über den Fisch als ein Fruchtbarkeitssymbol Und die Assoziation mit der Muttergöttin und Freitag Das Osterfestival Eier, Hasen und Sonnenaufgangsservices Also Dienste zum Sonnenaufgang Weinen für Tammuz und auch Lent Diese 40 Tage Fasten Die wir ja kennen Fisch, Freitag und das Frühlingsfest Fisch am Freitag das Symbol der Müttergöttin an ihrem Tag Aus der Schrift erkannten wir einige Gründe Den Freitag als Kreuzigungstag Jesu in Frage stellen Dennoch enthalten sich jeden Freitag viele Katholiken vom Fleisch und Essen Fisch Angeblich zum Gedenken der Kreuzigung, die am Freitag stattgefunden haben soll In den Vereinigten Staaten wird von den römischen Katholiken nicht mehr verlangt, dass sie am Freitag auf Fleisch verzichten müssen Entschuldigung, auf Fleisch verzichten müssen, wie es früher gefordert wurde Mit Ausnahme der Fastenzeit Trotzdem halten viele an der Tradition, Freitags Fisch zu essen, fest Tradition, da sehen wir schon wieder wo es herkommt Tradition ist römisch-katholisch Diese Tradition zumindest ist römisch-katholisch Natürlich assoziierte die Heilige Schrift an keiner Stelle Fisch mit dem Wochentag Freitag Darüber hinaus stammt das Wort Freitag von dem Namen der Freya Die als die germanische Göttin des Friedens, der Freude und der Fruchtbarkeit angesehen wurde Das Symbol ihrer Fruchtbarkeit war der Fisch Schon in sehr alter Zeit war unter den Chinesen, den Assyrern, den Phöniziern, den Babyloniern und anderen Völkern der Fisch ein Symbol der Fruchtbarkeit Frisch, Fisch wird in den semitischen Sprachen Dark genannt Was Vermehrung der Fruchtbarkeit impliziert und das mit gutem Grund Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe Dark kennt ihr von Dagon, der Fischgott Dagon Das ist ja zu sehen in der Bischofsmütze, die unter anderem ja der Papst, also eben die Bischöfe und natürlich der Papst als oberster Bischof auch trägt Dieses geöffnete Maul von einem Fisch Das trägt er heute noch und das ist in Referenz dazu an den Gott Dagon, den Fischgott Nun, Fisch wird in den semitischen Sprachen Dark genannt Was zur Vermehrung der Fruchtbarkeit impliziert und das mit gutem Grund Warum? Ein einziger Kabeljau bringt jährlich bis zu 9 Millionen Fischeier hervor Die Flunder, eine Million Ein einziger Kabel, äh, 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 der Flussbarsch 400, Entschuldigung, wann lese ich denn hier? Die Flunder, eine Million, der Stör, 700.000, der Flussbarsch, 400.000, die Makrele, 500.000, der Hering, 10.000 und so weiter und so weiter Also, wenn 10.000 bis 9 Millionen Eier im Jahr hervorzubringen kein Fruchtbarkeitssymbol ist, dann weiß ich es auch nicht Und deswegen haben sie sich das halt angeeignet Die römische Göttin der sexuellen Fruchtbarkeit hieß Venus Von ihrem Namen stammt das Fremdwort venerisch, wie zum Beispiel bei den venerischen Krankheiten, das sind also die Geschlechtskrankheiten Freitag wurde als der geweihte Tag angesehen, denn es wurde geglaubt, dass der Planet Venus die erste Stunde des Freitags bestimmt Und dieser Tag wurde daher Dies Veneres genannt Und der Fisch wurde als das ihr heilige Tier angesehen Die nebenstehende Illustration wurde im Ancient Pagan und Modern Christian Symbolism, also antike heidnische, ähm, antike heidnische und moderne christliche Symbolik gefunden Das hatten wir gerade gesehen hier Die Illustration zeigt die Göttin Venus mit ihrem Symbol, dem Fisch Sowohl hier im Buch haben wir es gesehen, hier unten, als gerade eben hier im Bild Und jetzt sehen wir hier den Stern von Ishtar, den Venusstern Den Fisch betrachtete man als das heilige Tier der Ashtoret Das ist der Name der semitischen Göttin, die die Israeliten anbeten Oder anbeteten Im alten Ägypten wurde Isis manchmal mit einem Fisch auf ihrem Kopf dargestellt, wie in der nebenstehenden Illustration zu sehen ist In Anbetracht der Tatsache, dass der Freitag nach der Göttin der sexuellen Fruchtbarkeit benannt wurde Der Freitag, der ihr geheiligter Tag war und der Fisch ihr Symbol scheint es mehr als Zufall zu sein, dass es gerade der Freitag ist An dem die Katholiken aufgefordert sind, sich vom Fleisch zu enthalten und stattdessen Fisch zu essen Tja Das hat eben alles seinen Ursprung in Babylon Ich kann nur nochmal referieren zu von Babylon nach Rom Wie gesagt, dieses ist jetzt ein rausgezogenes Kapitel aus dem ganzen Buch Und natürlich gehen hier 18 Kapitel vor Muss man ja verstehen, dass ich das jetzt aus dem Inhalt rausgezogen habe Ihr könnt euch das Buch ja selbst besorgen Und dann könnt ihr es selber nachlesen und dann ja bestätigen, was hier ausgesagt wird Das Osterfest Wir haben bereits festgestellt, warum einige Christen den Freitag als den Tag der Kreuzigung und den Ostersonntag als den Tag der Auferstehung ablehnen Woher kommt nun das Osterfest? Haben die ersten Christen Eier gefärbt? Haben Petrus oder Paulus jemals dazu aufgefordert, einen Sonnenaufgangsgottesdienst an Ostern zu halten? Die Antworten liegen natürlich auf der Hand Das Wort Ostern erscheint in der Bibel 1912 von Luther und gedachte ihn, nach Ostern dem Volk vorzustellen Auch in der Apostelgeschichte 12 Vers 4 in der 1912er Bibel von Martin Luther Das Wort, das hier mit Ostern übersetzt wird, heißt Pascha Das, wie alle Gelehrten wissen, das griechische Wort für das jüdische Passerfest ist und keine Verbindung zu dem Wort Ostern hat So, bevor wir jetzt hier den Film weiterlaufen lassen, muss ich den mal eben pausieren weil da muss ich einen Kommentar geben, dass ihr das auch bitte richtig versteht Also erstens mal Ist Jesus nicht auf einem Freitag gekreuzigt und auf einem Sonntag wieder auferstanden? Und das wird dann bei anderen Kapiteln dieses Buchs wunderbar erklärt Da habe ich jetzt auch keine Lust im Teil drauf einzugehen Aber es ist ganz einfach In der Bibel steht geschrieben, dass er 72 Stunden tot war 72 Stunden zwischen Freitagabend oder Freitagspätnachmittag bis Sonntagmorgen sind keine 72 Stunden Das kann also schon mal nicht sein Außerdem war das eine Woche mit einem Hochsabbat und dem normalen Sabbat, dem wöchentlichen Sabbat Also die Kreuzigung, und das sieht man dann in einem der späteren Kapiteln, hat stattgefunden an einem Mittwoch Der Donnerstag war dann ein Hochsabbat, an dem nichts gemacht werden durfte Deswegen hatten die Frauen ja auch noch schnell nach der Kreuzigung nur ihre Sag mal schnell Am Freitag hatten sie dann Zeit, die ganzen Kräuter und sowas zu kaufen, um ihn einzubalsamieren Genau kriegt das auch nicht noch die Reihe, aber so ungefähr Also Mittwoch gekreuzigt und gestorben Donnerstag im Grab, Freitag im Grab, Samstag im Grab und Samstagnacht Wenn die Sonne unterging und der Sonntag dann beginnt am Samstagabend In dem Übergang ist Jesus Christus aufgestanden Warum? Das sehen wir dann auch noch Weil Maria kam ja zu seiner Grabestelle ganz früh am Sonntagmorgen, als es noch dunkel war Und hat die Stelle bereits leer vorgefunden Also war er da schon weg War er da schon auferstanden Nun, der Punkt, den ich hier im Grunde jetzt machen wollte, ist Woher kommt das Osterfest mit dem Ostern in der Bibel? Da können wir mal eben nachschauen Apostelgeschichte 12, Vers 4 Ich habe ja hier die 1545er Das Neue Testament Wollen wir mal gucken Apostelgeschichte 12, Vers 4 Ob das hier auch drin steht In der 1545er Bibel Ja, hier sehen wir es Apostelgeschichte 12, Vers 4 Da er ihn nun griff, legte er ihn ins Gefängnis Und überantwortete ihn vier Vierteilen Kriegsgenächten, ihn zu bewahren Und gedachte, ihm nach Ostern dem Volk vorzustellen Nun, warum ist in der König James Das ist einer der Punkte, wo es hat viele Leute, die König James angreifen Aber auch hier in der Lutherbibel Warum wird hier Ostern erwähnt, wenn Ostern noch absolut nicht christlich ist Und absolut unbiblisch ist Das ist nun genau der Punkt Die Originalen Worte Die in der Bibel stehen Die mögen dann noch Pascha Gewesen sein, Paschafest Wir gucken uns das mal eben mit dem East-Word an Also wir gehen da mal wirklich eben richtig tief rein Da könnt ihr euch da selbst mal ein Bild von machen Dass ihr das mal richtig gut versteht Wir gehen da eben in die Apostelgeschichte rein Das ist alles in Englisch hier natürlich 12 und dann Vers 4 Und da steht hier So steht es in der Bibel Ostern oder Passover Nun, natürlich kennen die Christen kein Ostern Aber sie kennen Passover Nur Hier sprechen wir in der Zeit, wo Jesus Christus bereits gekreuzigt war Ja Und wir sprechen also von dem nächsten Ein Jahr später Von dem Ostern Und das ist genau dasselbe Ostern, was uns jetzt wieder bevorsteht Am Wochenende Was wir wieder aufgedrückt kriegen als Feiertag Der jedes Jahr ja sich verändert Von der Feier her Ja Ist ja mal früher, mal später Dieses Jahr Anfang April ja ziemlich früh Ostern Teilweise ist er sogar Ende April Das verschiebt sich also manchmal sogar am ganzen Monat Das ist halt der antichristliche Kalender Der Punkt, den ich machen will, ist der folgende Natürlich haben die Juden In der Zeit immer noch das Passachfest gehalten Weil sie haben ja sowieso Jesus nicht akzeptiert Als ihren Als ihr perfektes Lamm Und die ganzen Opferungen und so gingen ja noch weiter Bis 70 nach Christus Ja Obwohl der Vorhang im Tempel gerissen war Der Punkt, den ich machen will, ist ganz einfach Und das sollte man jetzt wirklich wirklich mal gut einbläumen Das ist gut zu verstehen Ostern ist deswegen in der Bibel vermeldet Um deutlich den Link zu legen Dass Herod hier Das heidnische Osterfest besucht hat Nicht das Passachfest Sondern das heidnische Osterfest Deswegen steht Ostern in der Bibel Das hat nämlich sonst Hat Ostern in der Bibel überhaupt nichts zu suchen Weil es eben nicht christlich ist Aber Hier wird der Punkt gemacht Herod wollte unbedingt Das Osterfest feiern Ja Dieses Fruchtbarkeitsfest Und ich gehe da jetzt nicht in die ganzen sexuellen Details Die man dabei vermelden könnte Was dabei abging Und wahrscheinlich heute immer noch abgeht Aber Der Punkt ist Dass die Die Bibel wollte den Punkt deutlich machen Dass der Herod Das Osterfest Fiel Und natürlich gibt es im Hebräischen und auch im Griechischen Hier kein Wort für das Osterfest Oder zumindest damals gab es das hier nicht Deswegen Das ist im Hebräischen Das ist ja aus dem Hebräischen Kommt das ja hier Und das ist der wichtige Punkt Den ich euch mal eben damit erzählen wollte Ja Ganz ganz wichtig zu verstehen Ostern ist deswegen in der Bibel Weil die Bibel Hier den Punkt deutlich machen will Dass der heidnische Stadthalter in Jerusalem Herod Das Osterfest Daran teilgenommen hat Und Wir als Christen Akzeptieren Jesus Christus Als unser Passover Ja Deswegen auch hier das Bild Eingeblendet in dem Video In dem Augenblick Also Das Wort für Ostern Erscheint in der Luther Bibel Und erscheint auch in der König James Bibel Das Wort das hier mit Ostern Übersetzt wird Heißt Pascha Das ist halt das Pascha Fest Wie wir wissen Dass sie all die Jahrhunderte Bis Jesus kommt Immer dieses Fest Einmal im Jahr gehalten haben Dass wir alle Gelehrten wissen Das griechische Wort Für das jüdische Pascha Fest Ist also Pascha und Pascha Und keine Verbindung Zu dem Wort Ostern hat Nein hat es nicht Aber Im heidnischen Wird aus diesem Pascha Fest Das Osterfest Der Punkt ist doch Dass die Juden Oder die Israeliten Die Christusgläubigen Menschen Nach Christuskreuzigung Das Pascha Fest Nicht mehr feiern mussten Weil Jesus Christus War das perfekte Lamm All diese ganzen Opfer Auf den Passover Die Jahrhunderte In der vorgegangen sind Jedes Jahr das Fest Zu feiern Das waren ja alles Nur Vorzeichen Wo Jesus der kommen würde Und das perfekte Lamm Das perfekte Opfer Sein würde Aber die Heiden Akzeptieren das nicht Und feiern deswegen Das Passover Als Ostern Weiter Und das ist der Grund Wo wir auch weiter sehen werden In dieser Lesung Wie die Heiden Darauf reagieren Ich hoffe Das ist jetzt ein Punkt Den ich deutlich gemacht habe Warum Ostern in der Bibel steht Warum steht Ostern in der Bibel Das ist doch heidnisch Ja ist es auch Absolut Aber ihr seht Es hat seinen Grund Dafür dass es darin steht Nun Der Autor fährt fort Es ist allgemein bekannt Dass Ostern Kein christlicher Begriff ist Nicht in seiner Ursprünglichen Bedeutung Der Name stammt von Einer heidnischen Göttin Der Göttin des aufgehenden Lichtes Des Tages Und des Frühlings Ostern Ist nichts anderes Als die moderne Form Für Eostre Ostera Astarte Oder Ishtar Ishtar Nach Hislop Wird letzterer Name Genau so ausgesprochen Wie das heute englische Wort Für Ostern Nämlich Easter Also Ishtar Dieses hier Spricht man Easter Aus Oster Ostereier Fährt der Autor fort Wie das Wort Ostern So haben auch viele Eigenarten Ihre Wurzeln In nicht christlichen Religionen Ein Beispiel dafür sind Ostereier Die gefärbt Versteckt Gesucht Und gegessen werden Eine Sitte Die heutzutage Ohne Hintergedanken Durchgeführt wird Und mit der auch Spaß und Spiel Für Kinder verbunden ist Dieser Brauch Hat jedoch seinen Ursprung Nicht in der Christenheit Das Ei War ein geheiligtes Symbol Bei den Babyloniern Die an eine alte Fabel glaubten Die von einem riesengroßen Ei handelte Das angeblich vom Himmel In den Fluss Euphrat Gefallen sei Nach dem alten Mythos Wurde aus diesem Wundersamen Ei Die Götten Astarte Oder Ostera Ausgebrütet So wurde das Ei Das Symbol Für die Götten Ostera Hier sehen wir Dieses riesengroße Ei Den alten Druiden Diente das Ei Als heiliges Emblem Ihres Götzendienerischen Organs An der Spitze Der Seres Prozession in Rom Wurde ein Ei Getragen In den Bacchus Mysterien Wurde ein Ei Den Götzen geweiht Die Chinesen Verwendeten bei Religiösen Festen Gefärbte Oder bemalte Eier In Japan Gab es einen alten Brauch Das heilige Ei Grell anzumalen In Nordeuropa Wurden in vorchristlicher Zeit Eier bemalt Und als Symbole Für die Göttin Des Frühlings Verwendet Die unten Abgebildeten Zeichnungen Hier die beiden Eier Zeigen zwei Arten Wie die Heiden Ihre heiligen Eier Darstellen Das linke Ist das Ei Von Heliopolis Das rechte Ist das Ei Des Typhon Bei den Ägyptern Wird das Ei Mit der Sonne verbunden Das goldene Ei Ihre gefärbten Eier Wurden in der Osterzeit Als heilige Gaben Dargebracht Die Enzyklopädie Britannica Schreibt dazu folgendes Zitat Das Ei Als ein Symbol Der Fruchtbarkeit Und des neuen Lebens Geht zurück Auf die alten Ägypter Und Perser Die ebenfalls den Brauch Hatten Während ihres Frühstücksfestes Eier zu bemalen Und zu essen Ende Zitat Wie kam es dann dazu Dass dieser Brauch Mit dem Christentum Verbunden wurde Nun offensichtlich Versuchten einige Das Ei zu christianisieren Indem sie erklärten Dass So wie das Küken Aus dem Ei schlüpft So Christus Aus dem Grab Gekommen sei Antichrist Papst Paul V Der legte zwischen Oder regierte Zwischen 1605 Und 1621 Hat dazu sogar Ein Gebet Angeordnet Zitat Segne, O Herr Wir flehen dich an Diese deine Schöpfung Des Eis Dass es deinen Dienern Zur gesunden Speise werde Wenn sie es im Gedächtnis An unseren Herrn Jesus Christus Verzehren Ende Zitat Des Gebets Segne, O Herr Wir flehen dich an Diese deine Schöpfung Des Eis Dass es deinen Dienern Zur gesunden Speise werde Wenn sie es im Gedächtnis An unseren Herrn Jesus Christus Verzehren wenn sie es im Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus verzehren. So wie wir von Christus befohlen, das Abendmahl miteinander teilen sollten, das Brot miteinander brechen sollten, woraus die römisch-katholische Kirche in ihrer Messe mit der Eucharistie und der Politik der Transubstantiation etwas anderes gemacht hat. Und jeder, der sagt, ich tue das im Gedächtnis an Jesus Christus, der sei verdammt. Und hier, sagt die römisch-katholische Kirche, das Ei soll man im Gedächtnis an unseren Herrn Jesus Christus verzehren. Also nach dem Motto, weil Jesus Christus aus dem Grab zwischen allen und allen geschlüpft ist, so wie auch ein Ei schlüpft oder der Vogel aus dem Ei schlüpft, das Baby aus dem Ei schlüpft, deswegen verbinden sie hier das Ei mit Ostern. Die folgenden Zitate aus der katholischen Enzyklopädie sind bezeichnend. Und bevor ich da reingehe, nur mal eben sagen, das Buch von Ralf Wutrow, genau wie das Buch auch von Alexander Hislop, ist oftmals aufgebaut auf Brunnen, die der katholischen Enzyklopädie oder der Enzyklopädie Britannica entnommen wurden, wie wir hier zum Beispiel jetzt sehen. Deswegen stoppe ich mal eben, weil bin ich wohl ein bisschen hinten dran. Machen wir gleich weiter. Da muss ich den Teil hier eben nochmal nachlesen. Was lesen wir jetzt also in der Enzyklopädie Britannica? Äh, in der katholischen Enzyklopädie, Entschuldigung. Da lesen wir, Zitat, Da die Verwendung von Eiern während der Fastentage verboten war, kamen sie auf den Ostertisch. Sie waren rot gefärbt, was die Osterfreude symbolisieren sollte. Der Brauch könnte, ganz deutlich grün unterlegt, der Brauch könnte seinen Ursprung im Heidentum haben. Denn es gibt eine sehr große Anzahl von heidnischen Bräuchen, mit denen die Wiederkehr des Frühlings gefeiert wird und die für unser Osterfest übernommen worden sind. Ende Zitat der katholischen Enzyklopädie. Hier hört ihr es selber. Der Brauch könnte seinen Ursprung im Heidentum haben. Ich habe das Wort deswegen farblich unterlegt, dass es euch in die Augen springt, dass ihr seht, dass selbst die katholische Enzyklopädie sagt, dass es könnte davon stammen. Im Grunde kann man aber dieses Wort könnte streichen, weil die wissen ganz genau, dass es seinen Ursprung im Heidentum hat. Ja. Nächster Punkt Osterfeuer und Osterhase Dies war auch der Fall mit einem Brauch, der in Europa populär ist. Das Osterfeuer Fangen wir mal weiter. Das Osterfeuer wird auf der Spitze eines Berges durch ein anderes Feuer entzündet, das man erzeugt, indem man Holzteile aneinander reibt. Dies ist ein Brauch heidnischen Ursprungs, der in ganz Europa üblich ist und der den Sieg des Frühlings über den Winter darstellen soll. Übrigens auch der normale Jahresanfang, biblisch gesehen. Die Bischöfe gaben strenge Edikte gegen die frevelhaften Osterfeuer heraus, aber es gelang ihnen nicht, sie überall abzuschaffen. Was geschah also? Lesen Sie ganz genau. Zitat Die Kirche nahm den Brauch in die christlichen Zeremonien mit hinein, indem sie ihn auf die Feuersäule in der Wüste und auf die Auferstehung Christi bezog. Ja? Gut verstanden? Gut gelesen? Die Kirche nahm den Brauch in die christlichen Zeremonien mit hinein, indem sie ihn auf die Feuersäule in der Wüste und auf die Auferstehung Christi bezog. Wurden heidnische Sitten, denen der Schein der Christlichkeit verliehen worden war, in die römisch-katholische Kirche hineingeschleust. Ha! Es ist nicht notwendig, darüber eine Aussage zu machen, denn die katholische Enzyklopädie selbst bestätigt dies offen. Nun noch ein Zitat, das den Osterhasen betrifft. Hase ist ein heidnisches Symbol und ist immer ein Zeichen für Fruchtbarkeit gewesen. Wie das Osterei schreibt die Enzyklopädie Britannica, so kam auch der Osterhase aus der Antike und wurde dann in das Christentum übernommen. Der Hase wird in den Legenden des alten Ägypten und anderer Völker mit dem Mond verbunden. Durch die Tatsache, dass das ägyptische Wort für Hase um ist, was bedeutet offen und Periode, wurde er mit sowohl lunarer, also mondlicher, als auch menschlicher Periodizität und mit dem Beginn neues Lebens im jungen Mann und in der jungen Frau in Verbindung gebracht. So wurde er zum Symbol der Fruchtbarkeit und der Erneuerung des Lebens. Daher waren sowohl der Osterhase als auch die Ostereier Symbole der sexuellen Potenz und Fruchtbarkeit. Die römisch-katholische Kirche ist von A bis Z ein Sexkult. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Und das kommt immer wieder gerade in solchen Dingen hier ganz deutlich hervor. Osterhase als auch Ostereier sind Symbole der sexuellen Potenz der Fruchtbarkeit. Das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Gott der Bibel. Überhaupt nichts. Das ist alles pur heidnisch. Der Sonnenaufgangsgottesdienst. Mal eben gucken, ich dachte, dass ich hier noch ein Feuer hätte von dem... Ja, hier habe ich noch ein Bild davon. Wir sind in der Lesung im Augenblick ein bisschen schneller als mit dem Video. Wahrscheinlich, weil ich zu lange gestoppt habe vorhin. Aber schaut euch mal das Bild an, was ich euch hier jetzt eben zeige. Das ist ein Bild von einem Osterfeuer in Hamburg an der Elbe, wo ich aufgewachsen bin. Als ich ein Kind war, habe ich jedes Jahr an diesen Osterfeuern teilgenommen. Habe sogar geholfen, die Weihnachtsbäume noch zu sammeln für das Feuer und dann das Feuer aufzubauen und in Wettkampf zu treten mit anderen Gruppen, die dasselbe gemacht haben und dann zu sehen, welchem sein Feuer das größte sein würde. Das wurde dann immer gemessen und der Gewinner hat dann irgendeinen Preis bekommen. Ich weiß nicht welchen, das ist doch so lange her. Aber wie gesagt, was wusste ich damals schon? Und das ist halt so ein Osterfeuer. Am Knüll hatten wir das im Langenese damals abgebrannt. Also im Langenese gab es drei oder vier verschiedene Feuer, aber ich war am Knüll. Wie die anderen hießen, das weiß ich nicht mehr. Hier, da seht ihr im Hintergrund. seht ihr die Blum und Voss im Hamburger Hafen. Ich weiß auch nicht, ob das Bild jetzt hier vom Langenese ist. Das kann nicht mit dem Übergang, nee, da würde auf der Seite Finkenwerder sein. Das Bild hier ist nicht vom Langenese, aber das ist ein Bild vom Osterfeuer an der Elbe. Okay. Und da habe ich als Kind halt selber dran teilgenommen. Ja, irgendwie hat das Ding keinen Bock sich auf die richtige Größe zu stellen. So, gehen wir in dem Video hier weiter. Und dann kommen wir jetzt zu dem Sonnenaufgangsgottesdienst. Mal gucken, wo das Video hier ein kleines bisschen weiter, dass wir auf derselben Höhe sind mit den ganzen Kommentaren. Während der Osterzeit ist es für Christen nicht ungewöhnlich, Sonnenaufgangsgottesdienste zu besuchen. Es wird angenommen, dass solche Christus-Ehren daher am Ostersonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, von den Toten aufgestanden, sein soll. Ja, sei, also sein soll. Man weiß es nicht genau. Die Auferstehung hat sich tatsächlich aber nicht bei Sonnenaufgang vollzogen, denn es war noch dunkel, als Maria Magdalena zu dem Grab kam, wie wir hier auch sehen. Und es war bereits leer. Andererseits existierte eine Art Sonnenaufgangshuldigung, die ein Teil antiker Sonnenanbetung war. Wir wollen natürlich damit nicht andeuten, dass Christen heutzutage die Sonne anbeten. Nein! Wenn sie diesen österlichen Gottesdiensten teilnehmen. Wir sagen auch nicht, dass diejenigen, welche sich vor dem Sonnenbild der Monstranz und der runden, sonnenähnlichen Hostier verbeugen, die Sonne anbeten. Solche Praktiken, die nicht aufgrund eines biblischen Vorbilds durchgeführt werden, zeigen jedoch, dass Vermischungen stattgefunden haben. Und da kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Deswegen habe ich mir eine kleine Note hier genommen. Wir haben es hier zu tun mit der inneren und der äußeren Lehre der römisch-katholischen Kirche. Hier im Bild seht ihr die Monstranz, in der das Stück Brot eingeschoben wird, das folgens der Eucharistie-Lehre der römisch-katholischen Kirche, der Leib und die Seele Jesus Christus ist. Innere und äußere Lehre. Den normalen, zwischen Anführungsstrichen, Katholiken wird etwas anderes gelehrt, als das, was die Leute in der Hierarchie im Katholizismus wissen. Es steht hier, der Teilnehmer ist sich der wirklichen Bedeutung nicht bewusst. Nein, das stimmt, weil den normalen Katholiken wird ja erzählt, dass sie Jesus Christus die Ehre geben und dass sie ihn verehren und anbeten im Gottesdienst und dass sie den Vatergott im Himmel anbeten und nicht Baal. Nur, das ist ein Unterschied zwischen der inneren und der äußeren Lehre. Und so ist es halt in der inneren Lehre, die Priester, die Leute aus der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche wissen ganz genau, was sie mit diesen Zeremonien machen. Die wissen ganz genau, wer angebetet wird und sie locken euch da rein, die ihr eine andere Lehre erzählt bekommt und dadurch nehmt ihr Teil an einem Gottesdienst, zwischen Anführungsstrichen, der ein Teufelsdienst ist. Ohne es zu wissen. Deswegen ist es so wichtig aufzuklären. Deswegen ist es so wichtig, dass er diese Dinge versteht. Ich mache das ja nicht zu meinem Vergnügen. Ich mache das, weil ich die Leute retten will. Weil schließlich, wenn sie in die Kirche gehen und sie knien von dieser Monstranz nieder oder sie nehmen das, diese Kommunion in der Eucharistie, in den Kannibalismus, das sehen wir auch alles noch in diesem Buch an anderen Stellen, könnt ihr auch zu Alexander Hislop zurückgehen, dann tun sie Gott keine Ehre an, sondern Unehre. Wissentlich oder unwissentlich. Gott sagt auch, ja, müsst ihr euch mal informieren, ne? Ich meine, was steht denn in meinem Buch geschrieben? Da steht doch drin, dass man solche Sachen nicht machen soll. Aber ja, wer liest denn die Bibel heute noch und nimmt die Bibel denn als Basis für seine Autorität, für sein Handeln? Sicher, wenn er in den Gottesdienst oder sonst wohingen geht. Entschuldigung. Ich musste, glaube ich, mal niesen. Fast. Okay. Fahren wir fort. Gläubige, die den wahren Gott kannten, verfielen der Sonnenverehrung und machten sie zu einem Bestandteil ihres Gottesdienstes, eben weil sie unter falschen Voraussetzungen da reingelockt wurden. Und er brachte mich in den inneren Vorhof des Hauses des Herrn und siehe, am Eingang des Tempels zwischen der Vorhalle und dem Altar standen etwa 25 Männer, ihre Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihre Gesichter nach Osten gerichtet. Und sie warfen sich nach Osten hin anbetend vor der Sonne nieder. Hesekiel, Kapitel 8, Vers 16. Die Tatsache, dass sie die Sonne gegen Osten hin anbeten, zeigt, dass es sich um einen Sonnenaufgangsgottesdienst handelte. Im nächsten Vers steht, ich habe den hier ganz herauskopiert, und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Ist's dem Hause Judah zu wenig, dass sie alle solche Gräueli tun, wo sie doch sonst im ganzen Lande Eitel, Gewalt und Unrecht treiben und fahren zu und reizen mich auch und siehe, sie halten die Weinreben an die Nasen. Fossett, das ist ein Geschichtshistoriker, sagt darüber, Zitat, dass sich die auf den Götzendielerischen Brauch bezog, bei Tagesanbruch Zweige von Tamarisken an die Nase zu halten, während man der aufgehenden Sonne Hymnen sang. Ende Zitat. Auch die Propheten Baals in den Tagen Elias richteten ihren Blick gegen Osten. Baal war der Sonnengott und somit auch der Gott des Feuers. Als Elia, die Baals-Propheten mit den Worten und der Gott, der mit Feuer den Baals-Götzendienst auf dessen eigenen Terrain äh, Entschuldigung, und der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott, 1. Könige 18, Vers 24, herausforderte, schlug er den Baals-Götzendienst auf dessen eigenen Terrain. Zu welcher Tageszeit begannen die Baals-Propheten ihren Götzen anzurufen? Es geschah, als der Baal, die Sonne, sich erstmals am östlichen Horizont zeigte. Es war am Morgen, 1. Könige 18, 26, das bedeutet bei Tagesanbruch. Können wir hier nachlesen. 1. Könige 18, Vers 26, und sie nahmen den Pfarrern, das ist ein Bulle, ein junger Stier, den er ihnen gab und richteten zu und riefen an den Namen Baals von Morgen an bis an den Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns, aber es war da keine Stimme noch Antwort und sie hinkten um den Altar, muss ich hier größer machen, und sie hinkten um den Altar, den sie gemacht haben. Riten, die in Verbindung mit der aufgehenden Sonne standen, waren bei vielen alten Völkern bekannt. Die Sphinx in Ägypten war so gebaut, dass ihr Angesicht gegen Osten gerichtet war. Bevor ich weiterlese, hier geht es im Augenblick um die Sonnenanbetung, da habe ich noch einen größeren Punkt gemacht im Englischen von, ich denke, dass ihr das soweit verstanden habt. Wenn man sich mit dem Rücken zum Tempel kehrt und mit dem Gesicht zur Sonne hin, dann betet man die Sonne an. Sonnenanbetung, Baalsanbetung, das ist Babylonisch, da kommt das her. Und das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe noch mal eben hier oben drauf zurück, die innere und die äußere Leere. Deswegen sagt der Herr, das habt ihr ja gerade gesehen, es lief hier durch, Kapitel 18, der erste, die ersten fünf Verse von der Offenbarung, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und dass ihr nicht empfangen von ihren Plagen. denn ihre Ungerechtigkeiten hat Gott sich erinnert. Innere und äußere Leere. Und wenn sie euch damit kriegen, dann ist das nur, weil ihr davon nicht auf der Höhe seid. Weil ihr davon nicht informiert seid. Und deswegen mache ich das hier gerne, dass ihr darüber informiert seid. So, hier sehen wir jetzt im Video gerade bei 1. Hesekiel 8, 16. Dann gehen wir hier ein bisschen weiter. Dann sind wir auf derselben Höhe. Hier sehen wir noch Fawcett's Bibel-Enzyklopädie. Also, wir fahren dann jetzt fort hier. Riten, die in Verbindung mit der aufgehenden Sonne standen, waren bei vielen alten Völkern bekannt. Die Sphinx in Ägypten war so gebaut, dass ihr Angesicht gegen Osten gerichtet war. Wollen wir eben gucken. Dann haben wir hier Sonnenanbetung bei den Juden. Hier haben wir auch Sonnenanbetung. Und hier haben wir die Sphinx. Die wollte ich euch ja gerade eben mal zeigen. So. Die Sphinx in Ägypten war so gebaut, dass ihr Angesicht gegen Osten gerichtet war. Und von dem Berg Fujiyama in Japan aus werden Gebete an die aufgehende Sonne gerichtet. Die Pilger beten die erwachende Sonne an, während sie die Berghänge hinaufklettern. Das ist übrigens ein Bild vom Fuji in Japan. Manchmal kommt es so vor, dass man einige hundert Schinto-Pilger in ihren weißen Gewändern beobachten kann, die aus ihren Unterkünften hervorkommen und gemeinsam ihre Gesänge der aufgehenden Sonne darbringen. Die heidnischen Anhänger des Mithras-Kults in Rom trafen sich bei Morgendämmerung, um dem Sonnengott zu huldigen. Ja. Dem Sonnengott. Und da habe ich hier im Englischen einen Kommentar gemacht. Und das habe ich mir kurz reingeschrieben über Rom und Washington. Was wir hier sehen im Bild, das ist die Statue, die nennt sich Freedom, Freiheit. Die ist nichts anderes als Semiramis, die Himmelskönigin, die auf dem Kapitol des amerikanischen Parlamentsgebäudes steht. Das ist das Kapitol. Oben auf dem Gewölbe, das ist ja diese Kuppel, da oben drauf steht eine Figur. Darin sehen wir geschrieben E pluribus unum, das heißt aus vielen Eier. Wir sehen, dass die auf einer Kugel steht, eine Erdkugel, so wie uns die römisch-katholische Kirche erzählt, ist die Erde ja eine Kugel und die ist gestützt auf 13 Faschi. Wenn man da einmal rumgeht, das sind 13 Stücke total. Diese Faschi sind ein Lektorenbündel, wie das in Deutsch genau heißt, und das ist ein römisches Machtsymbol. Und darauf steht diese Königin, Freedom, oder wie man sie auch nennt, Semiramis, Queen of Heaven, die Himmelskönigin. Die ist das, die da oben drauf steht. Nun zwischen Washington und Rom gibt es auch noch interessante andere Vergleiche. Einige davon habe ich bereits in Herrscher des Bösen damals erwähnt. Wenn ihr euch die Serie anguckt, werdet ihr das lernen, das erste Kapitel. Aber was ich damals, gerade als ich dieses Video produziert habe in Englisch, die Woche davor oder so gelernt habe, war, dass Rom und Washington sogar Schwesterstädte sind. Und da geht es halt um Sonnenanbindung. Ich pausiere noch mal eben, weil jetzt geht es hier schon weiter. Jetzt bin ich mit meiner Erklärung ein bisschen hinten dran. Wie weit sind wir denn schon im Video? Oh, schon 42 Minuten. Oh, ich muss mich beeilen, dass wir hier durchkommen. Also, Rom und Washington sind Schwesterstädte. Washington hieß bis 1663 Rom, so ist es eingetragen im Grundbuch in den Vereinigten Staaten von Amerika, kann man nachsuchen. Der Fluss Potomac, wie er heute heißt, hieß damals Tiber, wie der Fluss in Rom in Italien. Und sie bauten beide auf Sumpfgebiet aufgebaut. Also, die haben unglaublich viele Gemeinden, die beiden Städte. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass das zweite Tier aus Offenbarung 13 die Vereinigten Staaten sind. und das erste Tier ist eben der Vatikan. Gut, die Göttin des Frühlings, von deren Namen unser Ostern kommt, wurde mit der im Osten aufgehenden Sonne verbunden, wie schon das Wort Ostern impliziert. So besteht ein Zusammenhang zwischen der Morgenröte, der Sonne im Osten, dem Namen Osten und dem Frühling. Jetzt geht es um die Fastenzeit. Da wird es interessant. Nach den alten Legenden stieg Tammuz, nachdem er getötet worden war, hinab in die Unterwelt. Durch das Klagen seiner Mutter Ishtar, aus derer, aus dem Miram ist, wurde er auf geheimnisvolle Weise im Frühling wieder ins Leben gebracht. Zitat Die Auferstehung des Tammuz durch den Gramm Ishtars wurde alljährlich auf dramatische Weise dargestellt, um den Erfolg der Ernte und der Fruchtbarkeit der Menschen zu garantieren. Jedes Jahr hatten Männer und Frauen mit Ishtar den Tod des Tammuz zu beweilen und feierten die Wiederkehr des Gottes und seine Gunst und Gaben erneut zu erhalten. Ende Zitat Wenn die neue Vegetation wieder hervorkommt, glaubten die Menschen der Antike, dass ihr Retter aus der Unterwelt hervorgekommen sei, dass er den Winter beendet und den Frühling hat kommen lassen. Sogar die Israeliten übernahmen Lehren und Briten des jährlichen heidnischen Frühlingsfestes, da Hesekiel von Frauen, die den Tammuz beweiden, spricht. Das wir jetzt gerade im Bild gesehen haben. Hesekiel 8, 14 in Deutsch Und er führte mich hinein zum Tor an das Herrenhause, das gegen Mitternacht steht. Und siehe, da selbst saßen die Weiber, saßen Weiber, die weinten über den Tammuz. Ende aus der Bibel. Hesekiel 8, Kapitel, Vers 14. Kapitel 8 ist ein sehr interessantes Kapitel von Hesekiel. Kann ich nur jedem anraten, mal durchzulesen. Als Christen glauben, wir, dass Jesus Christus in Wirklichkeit von den Toten aufstand. Nicht nur in seiner Natur oder als die neue Vegetation des Frühlings. Da nun seine Auferstehung im Frühling geschah, war es nicht schwer für die Kirche des 4. Jahrhunderts, die nun den ursprünglichen Glauben auf vielerlei Arten und Wege verlassen hatte, das heidnische Frühlingsfest in das Christentum aufzunehmen. Bezugnehmend auf die Verschmelzung schreibt die Enzyklopädie Britannica, Zitat, Das Christentum nahm in seine Feierlichkeiten des großen christlichen Festtages viele der heidnischen Riten und Bräuche des Frühlingsfestes auf. Bam! Hier sehen wir es. Die Enzyklopädie Britannica sagt es mit eigenen Worten. Das Christentum nahm in seine Feierlichkeiten des großen christlichen Festtages viele der heidnischen Riten und Bräuche des Frühlingsfestes auf. Was sagt denn der Herr in der Bibel über das Vermischen des Heiligen mit dem Unheiligen? Das ist ihm ein Gräuel. Also, keine heidnischen Rieche, keine heidnischen Rite einführen in das Christentum, in das wahre Christentum. In den römischen Katholizismus ja, weil der ist nichts anderes als getauftes Heidentum. Nach der Legende wurde Tammuz von einem wilden Keiler getötet, als er 40 Jahre alt war. Alexander Hislop in seinem Buch weist darauf hin, dass 40 Tage, je ein Tag für ein Jahr des Tammuz auf der Erde gelebt hatte, dafür bestimmt waren, dass man für Tammuz weinte. In früheren Zeiten wurden diese 40 Tage verbracht mit Weinen, Fasten und Selbstzüchtigungen, um seine Gunst erneut zu erwerben, damit er aus der Unterwelt wieder hervorkommen könne und er den Frühling beginnen lassen würde. Nicht nur die Babylonier hielten diese Tage ein, sondern auch die Phönizier, die Ägypter, die Mexikaner und für eine bestimmte Zeit sogar die Israeliten. Es schien so, sagt Hislop in seinem Buch The Two Babylonians, also von Babylon nach Rom, es schien so, als ob diese Fastenzeit für die Heiden eine unentbehrliche Vorbereitungszeit für das große jährliche Fest war, das in Gedenken an den Tod und an die Auferstehung des Tammuz gefeiert wurde. Ja. Nachdem die Kirche andere Glaubensüberzeugungen bezüglich des Frühlingsfestes übernommen hatte, war es dann noch ein weiterer Schritt in der Entwicklung das Fasten, das dem Fest vorausging, auch mit hineinzunehmen. Die katholische Enzyklopädie weist offen darauf hin, dass, Zitat, Schreiber des 4. Jahrhunderts dazu leigten, viele Bräuche, zum Beispiel die 40-tägige Frühlingsfastenzeit, als eine apostolische Einrichtung zu beschreiben, die sicherlich keinen Anspruch hat, als solche angesehen zu werden. Ende Zitat. Nicht vor dem 6. Jahrhundert ordnete der Papst die Einhaltung dieser Fastenzeit offiziell an. Er nannte es ein heiliges Fasten, da die Menschen sich von Fleisch und einigen anderen Speisen enthalten mussten. Warum habe ich hier die katholische Enzyklopädie jetzt wieder farblich unterlegt? Aus dem einfachen Grunde, weil wenn man sich damit beschäftigt, dass nachher der Ralf Wundrow sein Buch ja wieder ruft, man muss sich dann darüber bewusst sein, dass er im Grunde dann auch die ganzen Quellen, die er selbst anführt, auch in Zweifel zieht. Also, wenn er meint, dass sein Buch keine Gültigkeit hat und dass das alles nicht richtig ist, was er hier schreibt und was Alexander Hislop bereits 1853 geschrieben hat und andere vor ihm und nach ihm auch noch, wenn er das meint, dann nimmt er auch die römische katholische Enzyklopädie als Brunnen nicht ernst und die Enzyklopädie Britannica und all die anderen Bücher, die er zu Rate zieht und die er als Quellen braucht, um sein Buch hier zu schreiben in diesem Moment. Also, ich will da nur noch mal darauf hinweisen, lasst euch dann nicht von in die Irre führen. Der Ralf Wundrow hat vielleicht seine Seele verkauft und das Buch wieder rufen, aber deswegen ist das trotzdem alles geschichtlich aufgeführt wahr, was hier drin steht und das ist alles ein einziger großer Beweis dafür, wie das Heilentum sich getauft hat mit dem Christentum. Wir sprechen ja hier vom 4. Jahrhundert, das heißt also im 321 in der Zeit oder die Zeit, als Kaiser Konstantin damals das Christentum zur Staatsreligion im heidnischen Rom erhoben hat, um eben die Christen besiegen zu können, weil mit Schwert gingen die nicht besiegt werden. Da musste man sich was anderes einverlassen. Also hat man das Christentum zur heidnischen Staatsreligion gemacht und dann das Heidentum und Christentum miteinander verschmolzen. Diejenigen, die sich damit haben verschmelzen lassen, nennen wir heute römische Katholiken und diejenigen, die sich da nicht mit haben verschmelzen lassen, nennen wir heute Protestanten. So einfach ist das. Bibelgläuber, ja. Menschen, die die Bibel und die Bibel alleine als ihre Autorität hinstellen. Katholische Gelehrte wissen und sehen, dass es innerhalb ihrer Kirche Bräuche gibt, die dem Heidentum entlehnt sind. Da ist es natürlich der Brunnen, der hier angegeben wird, den suche ich jetzt nicht auf, da habe ich kein Interesse dran, aber das ist auch wieder eine römisch-katholische Referenz, wo katholische Gelehrte wissen und sehen, dass es innerhalb ihrer Kirche Bräuche gibt, die dem Heidentum entlehnt sind. Das ist eben das Mixen oder das Vermischen des Heiligen mit dem Unheiligen. Genau das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe. Und deswegen habe ich mir einen kleinen Kommentar dazu gemacht. Also, sie wissen und sehen, dass es innerhalb ihrer Kirche Bräuche gibt, die dem Heidentum entlehnt sind, aber sie argumentieren, dass viele Dinge, auch wenn sie ursprünglich heidnisch gewesen sind, christianisiert werden können. So, dann heißt es also ganz einfach, dass die Katholiken sich hier über das Gebot Gottes hinwegsetzen, das Heilige mit dem Unheiligen nicht zu mischen, sagt Gott, und sie sagen von nee, wir können das machen. Ja, weil die römisch-katholische Kirche sagt, dass die Tradition über der Bibel steht. Ja. Wenn irgendein heidnischer Stamm 40 Tage zum Ehren eines heidnischen Gottes besonders beachtete, warum sollten wir nicht das gleiche tun, nur zur Ehre Christi? Auch wenn Heiden die Sonne gegen Osten hin anbeten, können wir nicht trotzdem Sonnenaufgangsgottesdienste feiern, um die Erstehung des Christus zu feiern, selbst wenn das nicht die Tageszeit gewesen war, zu der er aufstand? Obwohl Heiden das Ei als Symbol verwenden, ist es nicht möglich, dass wir die Verwendung weiterführen und vorgeben, dass es den großen Stein, der vor dem Grab war, symbolisieren soll? Mit anderen Worten, warum sollen wir nicht alle möglichen, beliebten Bräuche übernehmen, nur, dass wir damit nicht heidnische Götter ehren, wie es die Heiden zu tun pflegen, sondern Christus? Das alles klingt sehr logisch. In der Bibel selbst finden wir jedoch eine wahrhaftigere Richtschnur. Diese Richtschnur läuft jetzt auch gerade in dem Video, lese ich euch in Deutsch vor. Fünftes Buch Mose, also Deuteronium, Kapitel 12, Vers 30 und folgende. Zitat So hüte dich, dass du nicht in den Strick fallest ihnen nach, nachdem sie vertilget sind vor dir und nicht fragest nach ihren Göttern und sprechest, wie diese Völker haben ihren Göttern gedient, so will ich auch tun. Du sollst nicht also an dem Herrn deinen Gott tun, denn sie haben ihren Göttern getan, alles, was dem Herrn ein Gräuel ist und das erhasset, denn sie haben auch ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt ihren Göttern. Alles, was ich euch gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut. Ihr sollt nichts dazu tun, noch davon abtun. Ja, und die römisch-katholische Kirche behauptet von sich selber, dass sie die einzig wahre Kirche Christi ist auf dieser Welt, dass ihre Tradition über der Bibel steht und dass der Papst der Stellvertreter Jesu Christi ist, der die Macht hat, das Wort und das Gesetz zu ändern. Genau wie die Bibel vorgesagt hat, dass der Antichrist diese Dinge tun wird. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz guten Beweis gefunden in dem Video, das ich euch jetzt gerade gebracht habe. In einer kleinen Stunde haben wir das aufgenommen und ich fand das mit Mose hier eben nochmal ziemlich wichtig eben nochmal nachzulesen. Hier ist ganz deutlich drin, was sagt der Herr auf der einen Seite und was sagt der Mensch auf der anderen Seite. Tja, und dann sehen wir hier Offenbarung 18, 1 bis 5 durchlaufen und das gucken wir uns dann auch eben an. Gehen wir mal eben in die Offenbarung im Neuen Testament. Kleine Sekunde. Offenbarung und dann gehen wir in Kapitel 18 hier und dann die Verse 1 bis 5 und das ist einer der Gründe, einer der Hauptgründe eigentlich, weshalb ich diese ganze Lesung auch mache, überhaupt solche Lesung mache, um Katholiken zu erwecken aus dem Schlaf, in dem sie sind. Offenbarung 1, 18 Vers 1 Und danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht. Die Erde war erleuchtet von seiner Klarheit. Und schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach, sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die Große und eine Behausung der Teufel worden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreinen und feindseligen Vögel. Denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihr Hurerei getrieben und ihre Kaufleute sind reich worden von ihrer großen Wollust. Und ich hörte eine andere Stimme von Himmel, die sprach, Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet an ihre Sünden, auf das ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis in den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Wir sollten werden, wie die Bilder hier zeigen, Shedrak, Mishak und Abednego. Wir sollen sein wie Daniel und sollen den Herrn anflehen, um uns aus Babylon rauszuhelfen. So wie er damals Mose und Israel aus Ägypten geführt hat, so soll er uns aus Babylon rausholen, dass das moderne Rom ist heute, in dem nur einer regiert, der Rattenfänger, der Pied Piper, wie man im Englischen so schön sagt, Rattenfänger nennen wir das in Deutsch, Satan, der Gott dieser Welt, dienst du ihm oder dienst du dem König aller Könige und dem Herrn aller Herren, Jesus Christus. Denkt daran, wenn jetzt das Osterwochenende kommt, denk daran, wenn du Eier suchen gehst oder Eier versteckst für irgendjemand anders oder Geschenke überreichst oder sonst auf irgendeine Art und Weise Ostern feierst, wenn du in eine Kirche gehst und den Ostergottesdienst teilnimmst, denk daran, was du in dieser Lesung heute hier gelernt hast. Ich hoffe, dass ich das deutlich genug gebracht habe. Entschuldigung für meine Stimme und meine tropfende Nase, wo ich auch in Summe mir die Nase abwischen musste mit meinem Taschenduch zwischendurch, aber es war mir zu wichtig, als dass ich mich von der Erkältung davon abhalten lasse, euch dieses Video rechtzeitig zu Ostern zu bringen. Das ist jetzt bereits das zweite Ostervideo, das ich gebracht habe. Weihnachtsvideos habe ich auch schon gebracht und anhand dieser Lesungen kann man auch durch eigenes Studium ganz deutlich erkennen, dass ein bibelgläubiger Christ nicht in der geringsten Art und Weise sich auf diese, ich sage mal, Feiertage, das sind ja Holy Days, Heilige Tage, ins Antichristensystem einlassen sollte, sondern man muss sich davon separieren. Ja, und das war es, was ich eigentlich damit zum Ausdruck bringen wollte und was ich sagen wollte. Ich danke euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Jogler 66, Jörg von Jogler 66, Erschlunde der Wahrheit, meldet sich ab, wünscht euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, möge Gott euch behüten, beschützen, begleiten und segnen auf all euren Wegen. Bis zum nächsten Mal. Mahalata. Zeugler 66, ヤ Beru oder refr theorem, bị betrunken, aber residue, bis zum 검. Maria Gratc. Vielen Dank.